. . . . . Leintöfein lassen. Sieg im Salabim. . Hallo! Ernstler! Hallo! Bibi, wo bist du? Moritz, was gibt's? Polizei! Hey, schön da bleiben, schön da bleiben. Alle Räume checken, alle Personen überbrücken ohne Ausnahme. Sie werden uns nicht finden, aber Sie können das versuchen. Ha! Hat er nicht gesagt, das ist kein Spiel? Ja! Ja, aber irgendwas stinkt nicht. Sein Muster ist doch nicht einheitlich. Vielleicht ist es nur noch mal ersichtlich. Es muss Gemeinsamkeiten geben. Du wirst schon wissen, was du machst. Was fragst du? Ich habe dir den Arsch gerettet. Was? Und ein einfaches Danke lieber Moritz würde reichen. Ich weiß wirklich nix. Sie verdächtigen mich. Eine sehr schöne Geschichte. Was? 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 Was?